Hallo, ich bin jetzt mit meiner Client-Serveranwendung wieder ein Stück weiter und kann die übertragenden Daten jetzt visualisieren, auch wenn sich da jetzt noch eine ganze Menge dran feilen lässt. Die Grundfunktion ist jedenfalls schon mal da. Das ist der Client. So, ich habe einen Client und noch den Client und dem Server das gleiche Spiel geöffnet. Ich hoffe, dass der Server noch läuft. Ich werde mal hier in dem Spiel den schwarzen Bauer, das ist das D7 nach D5 setzen. Das hat ja schon mal geklappt. Da ist mein Bauer. Und, so, ich werde die Daten mal übertragen. Und, wenn das jetzt geklappt hat, da sind sie eingetragen. Das funktioniert jetzt mit dem Tablet und da ist mein Bauer. Das ist das D7. So, ich werde die Daten mal übertragen. Und, so, ich werde die Daten mal übertragen. Das ist das D7. So, ich werde die Daten mal übertragen. Das ist das D7. So, ich werde die Daten mal übertragen.